Es ist soweit, wir können vollständig über Kapitel 1128 sprechen. Im Grunde ist alles so wie in den ersten Spoilern beschrieben, wir haben jetzt aber deutlich mehr Informationen zu diesem neuen Sonnengott. Also, so richtig wissen wir immer noch nicht, was es mit ihm auf sich hat, warum er das alles getan hat, aber jetzt hat man so ein gutes Bild vor Augen und eigentlich ist das so ein weder noch Szenario. Man hat zwar in dieser Richtung gedacht, es ist trotzdem etwas anders eingetroffen. Wie immer nehmen wir aber erstmal das ganze Geschehen chronologisch unter die Lupe, Freunde. Also vergesst sich ein Abo und Like dazulassen, damit ihr auch weiterhin One Piece technisch auf den Laufenden bleibt. Und von mir gibt's dann ein Viel Spaß beim Watch. Das Kapitel trägt den Namen RPG, also Rollenspiel. Diesmal pausiert auch die Cover Story und im Austausch bekommen wir dafür einen doppelseitigen Color Spread. Die Strohhüte befinden sich in einer Harry Potter-like Umgebung, sie fliegen auf Besen über der Stadt, aber selbstverständlich erstmal alles nicht story relevant. Das richtige Geschehen fängt in der Burg des letzten Kapitels an, die jetzt namentlich auch benannt ist und zwar trägt sie den Namen Big Stein. Alle ganz verwundert aufgrund der Umgebung, dass einfach alles anscheinend aus Lego-Klemmbausteinen besteht. Es geht aber relativ schnell zum Riesendorf, zu diesem angeblichen Riesen-Lego-Dorf, wo der erste VTF-Moment kommt. Denn wir finden heraus, dass es im Grunde genommen nicht elbern so richtig ist und dass die Riesen, die wir bis jetzt gesehen haben, auch eigentlich nur normale Menschen sein sollen. Man hätte schon im letzten Kapitel vermuten können, aufgrund der Proportionen, dass es vielleicht nicht so ist, dass es keine echten Riesen sind. Jetzt aber, wo man eine richtige Relation hat, weiß man aber auch wirklich deutlich Bescheid. Interessant ist auf jeden Fall, dass dieser Mensch auf einem Grashüpfer reitet, so ähnlich als ob es ein Motorbike ist. Erinnert so ein wenig an die Fliegen für Schreider. An sich auch gar nicht mal so unwichtig ist diese Konstellation, die er uns erzählt, und zwar, was überhaupt in diesem Lego-Land los ist. Dort gibt es nämlich drei Götter. Den Ohrengott, also der große Hase, den die Schrohüte schon gegessen haben. Der Stachelgott, also der Igel, den sie im letzten Kapitel auch fertig gemacht haben. Und dann nochmal Iskard, also wahrscheinlich sowas wie der Katzengott. Jedenfalls der Herrscher der Burg. Ehrlich gesagt, gar keine Ahnung, wo sie dort auch die Grenze ziehen zu irgendeinem göttlichen Wesen, einem Burgherrscher oder einfach nur einem Grashüpfer. Ist aber sowieso im großen Kontext nicht so relevant, weil wir ja noch feststellen werden, dass alles sowieso irgendwie ein Fake ist. Was diese ganze Truman Show-Kuppel so richtig aufgelöst hat, ist eigentlich Ruffy. Er wurde in Anführungszeichen vom bärtigen Typen getriggert, weil er gesagt hat, dass sie lieber nicht auf die andere Seite des Schlosses sollten, weil dort der Tempel des Sonnengottes liegt und keiner wegen der Wächter dort irgendwie lebend zurückgekommen ist. Ruffy ist also losgestürmt, hat auch direkt gemerkt, dass optisch irgendwie nicht alles koscher ist, bis er dann voll mit seinem Schädel in der Spiegelwand angekommen ist. Dadurch wurde diese ganze Szenerie zerstört, hat sich alles im Grunde genommen als Fake entpuppt und es ist dadurch relativ klar, alles was dort so passiert ist, ist nicht wirklich von Belang. Man hat also relativ schnell gemerkt, die Strohhüte waren im Grunde einfach in einem kleinen Spielzeugraum, der sich wiederum in einer Spielzeugwerkstatt befunden hat. Also vielleicht nicht wirklich Spielzeugwerkstatt, in dem Sinne, dass die auch dort wirklich hergestellt werden, aber dieser in Anführungszeichen Sonnengott hat eine Nähmaschine und stellt anscheinend damit auch Kleidung her. Er wird auch wahrscheinlich derjenige sein, der diese ganze Umgebung erbaut hat, also ich zähle das alles einfach mal als eine Spielzeugwerkstatt. Auch Chopper wurde gefunden, außerhalb von dem Spielzeughaus in der Riesenwerkstatt und sogar angekettet. Man kann sich vorstellen, er ist sowas wie der Neuan-Cambling und zu ihm ist einfach noch keiner so richtig gekommen. Insgesamt kann man sich auch schon denken, warum das ganze RPG heißt, warum überhaupt auch alle an unterschiedlichen Orten aufgewacht sind, warum sie so stark unterschiedlich auch aussehen. Es ist sowas wie ein großes Rollenspiel. Man kann hier auch selbstverständlich spekulieren, warum das alles überhaupt. Vielleicht geht es um eine Art Theaterstück, was irgendwie nachgespielt werden soll. Vielleicht sollen auch diese ganzen Menschenkreaturen und was auch nicht immer als lebende Spielfiguren dienen. Oder ist das vielleicht erneut was ganz anderes, woran man noch gar nicht so richtig gedacht hat. Der Punkt ist aber, dass die Wächterbestien in Anführungszeichen auch nicht lange auf sich warten lassen. Es sind überdimensioniert große Tiere, die jetzt kämpfen wollen. Eine Schlange, zwei Mäuse und ein Rabe. Dann sehen wir von außerhalb diese Sonnengottfigur ein im Grunde komischer Hirschkopf, ein großer Riese. Kein Kind, nix irgendwie mystisches, erscheint einfach ein großer, ausgewachsener Mann zu sein, der ein Kostüm trägt. So richtig Sonnengottmäßig scheint auch nicht wirklich was an ihm dran zu sein. Das einzige, was vielleicht so in diese Richtung geht, sind sein Stab sowie Schild, die irgendwie diese Sonnenstrahlensymbolik auch widerspiegeln. Normalerweise wird diese in Anführungszeichen Sonnengott Sonne so dargestellt, mit einer Kugel in der Mitte und acht außenrum. Diesmal ist es eine große Kugelaussparung in der Mitte und mit sieben Stacheln außenrum, sowie den Griff, der sozusagen den achten ergänzt. Damit hätte man sowas wie eine alternative Darstellung der Sonne. Dieser angebliche Sonnengott, dieser Cosplayer in Anführungszeichen, betritt auf jeden Fall den Raum und findet vor, wie all seine Tiere, Haustiere oder was auch immer besiegt werden. Raffi hat sogar einen sehr kurzen Prozess gemacht. Er hat zu Gear 5 gewechselt und der Schlange so einen Schlag verpasst, dass sie sein Haki selbst nach ihrem K.O. an sich hatte. Das Ganze ist auch jetzt langsam aus dem Ruder gelaufen, die Werkstatt hat angefangen zu brennen und man kann sich vorstellen, in welche Richtung das sich jetzt so wahrscheinlich entwickelt. Der Sonnengott ist auf jeden Fall sauer, hat seine Waffen gezogen, das heißt Stab und Schild und glücklicherweise ist diese Katze Iskat den Schrohüten über den Weg gelaufen, auf der sie jetzt reitend fliehen. Chopper hat sogar übersetzt, was die Katze gesagt hat und zwar wird sie die Gemeinheit nicht vergessen, was die Strohhüte ihr angetan haben. Und ja, was soll ich sagen, damit sind wir auch schon am Ende des Kapitels angekommen. Ehrlich gesagt, es ist schon deutlich anders passiert, als man sich das zum Beispiel letzte Woche ausgemalt hat. Bei den ersten Spoilern diese Woche habe ich schon gedacht, es wird schon wahrscheinlich in so eine Richtung gehen. Ich habe zwar mit einem Riesenkind gerechnet, das jetzt diesen Sonnengott so mäßig darstellt, es ist jetzt aber trotzdem sehr ähnlich eingetroffen mit dieser Art Puppenspieler. Man kann sich das sowieso schon sehr gut vorstellen. Nächstes Kapitel wird die Maske so mäßig fallen, dann sieht man, es ist entweder ein Riesenmann oder eine Riesenfrau und dann kommt es auch zu diesem kleinen Dilemma. Das ganze Ding, was dort gelaufen ist, haben die Strohhüte im Grunde zerstört. Natürlich war das falsch, von diesem Puppenspieler sie dort einzuspieren, aber es wird ja wohl in irgendeiner Plotline münden, warum das alles überhaupt passiert ist. Ich will den Namen zwar nicht immer und immer wieder droppen und für alles verantwortlich machen, ich kann mir aber zum Beispiel vorstellen, dass dieses ganze Theater in Anführungszeichen für Prinz Loki vorgesehen war. So ein mäßig ein historisches Theaterstück mit dem Repräsentanten für den Sonnengott und irgendeiner Hebernumgebung und vielen Sachen, die dort schon irgendwie abgelaufen sind. Kann auch sogar sein, dass diese Show schon angefangen hat, dass die Strohhüte im Grunde Out of Character ein wenig handeln und das ganze Theaterstück schon mittendrin zerstört haben. Aber ja, spätestens nächste Woche werden wir wahrscheinlich etwas schlauer draus werden und dann unsere Antwort auf die ganzen Fragen auch bekommen. Ich weiß, viele sind wahrscheinlich extrem enttäuscht, dass es jetzt in Anführungszeichen so lame abläuft. Man muss sich aber vor Augen halten, One Piece Arcs fangen normalerweise auch etwas langsamer an. Man hatte ja noch nie so wirklich den Kaido an der Küste, der so auf die Strohhüte wartet und dann fängt auch schon gleich die Einschlacht an oder so. Es fängt immer so langsam an, man fügt sich in die Kultur ein, man bekommt so ein kleines Bild, wie überhaupt alles in diesem Land läuft und dann fängt es erst so richtig an. One Piece Arcs werden ja auch dazu noch nicht mal wirklich kürzer, eher das Gegenteil ist der Fall, sie werden tendenziell sogar immer länger. Diese ganze Plotpoints und große Twists werden sich also nochmal fürs Ende aufgespart und übermächtige Kräfte sowie starke Gegner werden ja auch auf jeden Fall noch irgendwie mit reinspielen. Und naja, jedenfalls war es das so von meinem Talk zu dieser Chapter Nachbesprechung. Ich bin jetzt auch auf eure Meinung gespannt, was euch noch irgendwie im Raum steht, wie es auch eurer Meinung nach noch potenziell weitergehen kann und ihr könnt auch sehr gerne einen Kommentar da lassen, ob ihr von dem Ganzen jetzt so ein wenig enttäuscht seid oder doch nicht so wirklich. Das war es aber auch vom Video. Wenn euch so ein One Piece Content gefällt, vergesst sich ein Abo da zu lassen. Auch hier bei euer Like freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch eine sehr schöne Zeit. Ciao!